Wir sind als Fischerfamilie schon in der sechsten Generation hier in Briesko-Finkenherd ansässig und fischen hier hauptsächlich auf der Oder, auf dem Brieskoer See und einigen kleinen Gewässern noch hier umliegend. Wir sind richtig noch Fluss- und Seenfischer, also richtig traditionelle Fischerei betreiben wir. Die Fischerei, die es schon seit Jahrhunderten gibt, die führen wir fort. Alles, was der Fluss und die Seen dazu hergeben, das geht bei uns in die Netze, das fangen wir, das verarbeiten wir und das bringen wir auch dann in der Direktvermarktung, direkt dem Kunden frisch rüber, sowohl in unserem Restaurant, was wir führen, aber auch über unseren Fischverkauf, über die Fischeraucherei. Wir haben Ferienwohnungen, Ferienzimmer, daneben ein Fischerfloß der guten Laune, die blaue Anne. Also wir können einige Sachen anbieten, die wirklich mit dem Wasser, mit der Natur verbunden sind. Wir leben mit der Natur, von der Natur, was Schöneres kann man sich ja kaum vorstellen. Mein Großvater, mein Urgroßvater waren alles Fischer, mein Vater war Fischer. Ich selbst und meine beiden Söhne sind auch Fischermeister und werden den Betrieb dann fortsetzen. Und wie gesagt, die nächste Generation liegt schon in der Wiege. Also ich denke, es wird weitergehen.